Entschuldigung, Leute unter uns, wenn Friedrich Merz sagt, ich bin die Zukunft, da sagt du die Zukunft, dann komm ich nicht. Und Friedrich Merz hat ja recht, die Klimafrage ist doch überbewertet, oder? Hey Leute, die paar Eisbären, die sterben, die paar Inseln, die im Meer versinken, die 15.000 Hitze-Tote allein im letzten Jahr in Europa, ein paar abgesoffene Häuser im Ahrtal. Hauptsache ich muss meinen alten Ölkessel nicht auswechseln und kann mit 180 über die Autobahn brettern. Friedrich Merz glaubt, Zukunft ist einfach nur Vergangenheit mit neuer Tapete. Ja, die letzte Generation überfordert uns doch alle, wenn wir ehrlich sind. Die sind völlig verrückt, die wollen, dass die Politik Ziele einhält, die sie selbst beschlossen hat. Ja, wo kommen wir da hin? Bisher hat es uns allen doch gereicht. Bisher hat es uns doch allen gereicht, wenn Ziele formuliert wurden. Von erreichen war nie die Rede.